Ja, hi Leute, mein Name ist Vitaly Brickmann und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in meinem Lightroom Corner. Für die heutige Folge habe ich dieses Bild ausgesucht. Ich hoffe, das sagt den meisten von euch zu. An diesem Bild fand ich halt, ja, besonders. Ach, was fand ich besonders eigentlich? Ja, die Farben, einfach nur dieses Stückchen hier oben, was ich dann noch geändert habe. Aber wie ich das alles gemacht habe, schauen wir uns das einfach alle gemeinsam an. Ich werde das Bild erstmal eine virtuelle Kopie erstellen und dann werde ich die Kopie zurücksetzen. So, das Bild ist es nicht. So, und ja, wie ihr seht, ziemlich dunkel, habe ich viel heller gemacht. Dann hier oben aus dem Blau, sage ich mal, Violett gemacht, weil das einfach auch zum Kleid passt. Und ja, gehen wir einfach mal wieder ganz normal die Grundeinstellungen durch. Ich habe hier auf jeden Fall einiges an der Belichtung erstmal erhöht gehabt. So sieht das schon einigermaßen besser aus. Vielleicht zu hell jetzt, aber da machen wir ein bisschen Kontrast rein. Dann reduziert das die Helligkeit so ein bisschen wieder. Ja, was haben wir hier dann so noch gemacht? Ein bisschen die Klarheit runter. Die Helligkeit. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich das vorher bearbeitet habe. Jetzt habe ich hier wieder keine Helligkeit und Kontrastregler, sondern Lichtertiefenweiß-Schwarz. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Ich gehe mal hier in die Kurve und hier wird der Kontrast geregelt. So, die Lichter und die hellen Mitteltöne ein bisschen runter. Die dunklen Töne ein bisschen runter. Und die Tiefen hoch. Kriegen wir so einen schönen Kontrast. Ja, so gefällt mir das schon mal ganz gut. Ja, und das Entscheidende war eigentlich dann auch wieder in der HSL-Tonung. Mit diesem super coolen Werkzeug hier. Einfach hier drauf gegangen und dann halt so ins Violette gezogen. Und ihr seht schon, das passt viel besser. Macht das Bild einheitlicher. Gefällt mir persönlich echt besser. Und auch hier ruhig die Sättigung ein bisschen erhöhen. So. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, dann gehen wir weiter in die Teiltonung. Hier, wie gesagt, immer ein Wert auf 25. Das mache ich immer so. Und dann gucke ich mir so an und drehe hier rum, bis mir was gefällt. So, bei den Lichtern gefällt mir dieser Ton ganz gut, ja. Und jetzt bei den Schatten meistens so ins Blaue muss das gehen. Aber man kann auch einfach anhalten, wo es einem gefällt. Hier, das Violette. Ihr seht das hier unten. Passt natürlich auch ganz gut, weil, wie gesagt, das Kleid auch violett ist. So, ähm. Doch, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. So hier. Na, komm. Wenn ich so ganz zufrieden soll, wir machen mal so einen kleinen Abgleich nach links und rechts. Ja, wir schauen mal weiter. Kommen wir am besten. Wenn einem zum Beispiel etwas irgendwie nicht gefällt, man aber gerne eine Teiltonung drin hätte, dann kann man auch gerne später zurückkommen, weil wir gehen einfach jetzt weitermachen. Die Kamerakalibrierung, hier kann halt auch noch, viele Sachen können noch entschieden werden, wie das Bild wirken soll. Und, ähm. Ja, gehen wir erstmal die anderen Sachen durch. Wenn wir den Betrag auf 50, einfach ein bisschen Schärfe reinbringen. Eine Vignettierung, ähm, hatte ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Wir schauen uns das mal an. Ne, das sieht gar nicht gut aus. Also es ist auch gar nicht verkehrt, manchmal in die andere Richtung einfach zu gehen, damit das Bild nochmal ein bisschen hier schön hell wird. Aber das ist zu viel. Ich lasse mal so bei plus 10. Ähm. Ja, dann können wir den Effekt auch erstmal weglassen. Und hier können wir mal wieder gucken. Erstmal einfach mal mit schieben, in welche Richtung wir da gehen wollen. Ähm. Mich stört gerade, dass das Gesicht so, doch so rötlich wirkt. Das hatte ich vorhin gar nicht. Warum? Da können wir einfach in die HSL-Tonung gehen. So, und hier die Sättigung im Roten. Oder einfach mit dem Werkzeug so ein bisschen ins Gesicht klicken und das ein bisschen wegnehmen. Ja, nicht zu viel. Das wird dann ganz schnell grau. Matschig, so. Ähm. Ja, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch so? Gehen wir mal hier so in die Richtung. Sieht halt momentan, sieht das Bild gar nicht so aus, wie ich es eigentlich gehabt habe. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir verändern mal hier ein bisschen den Farbton. Ich glaube, das war es. Guck mal, jetzt wird es ein bisschen so. Weil dieses Rot geht ja gar nicht. Aber wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen, sieht das schon für mich besser aus. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Sättigung noch ein bisschen rausnehmen. Ja, lassen wir mal die Sättigung so ungefähr minus 24. Einfach mal gucken, was passiert, wenn wir den grünen hin und her schieben. Ja, warum nicht. Gehen wir mal hier noch 15, ein bisschen in die Richtung. Beim Blauen können wir auch einfach mal gucken. Ja, das sah schon ganz okay aus. Gut, dann die Temperatur haben wir uns jetzt gar nicht angeschaut. Das können wir noch mal machen, automatisch. Was schlägt da vor? Oh, ist mir zu warm. Das lassen wir so. Aber wir können auch ein bisschen weiter ins... Ah, vielleicht so einen kleinen Klacks ins... Nach links gehen, so ein bisschen ins Grüne. Um doch ein bisschen zu viel dieses Magenta-Stech rauszunehmen. Gucken wir trotzdem mal hier mit den Lichtern. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Regler. Aber das soll uns, wie gesagt, nicht stören. Hier ein bisschen Licht reinbringen in die Sache. Das ist mir zu weiß, so. Schwarz ein bisschen, wieder ein bisschen Kontrast zu verstärken. Gibt schon mal ganz gut aus. So, dann lassen wir das erstmal hier oder gehen wir noch mal kurz in die Teiltonung. Da war ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Erhören wir mal die Sättigung. Kommt ein bisschen krasseren. Ja, ich fände dann hier irgendwo, glaube ich. So, nein, das gefällt mir nicht. Gehen wir nochmal runter auf 25. So, abgleich. Leute, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir schaffen das. So, das sieht ein bisschen natürlicher aus. Ein bisschen natürlicher aus. Gucken wir mal vorher und nachher bei der Teiltonung. Ja, okay. Lassen wir es erstmal so. So, jetzt gehen wir hier in den Fallaufsfilter. Und hier habe ich halt von, weil ich ja nur diese Stelle so ein bisschen haben wollte, dass das Violett wieder zurückkommt. Dann habe ich die Belichtung hier ein bisschen wieder zurückgesetzt. Minus 1. Die Sättigung erhöht, glaube ich. Schönes Violett da reinkriegen. Natürlich wirkt das auch ein bisschen nach hier rein, aber ganz minimal, weil wir doch wirklich unseren Schwerpunkt hier gesetzt haben. Und das dann halt so ausläuft. Diese Einstellungen, die wir gerade vornehmen, laufen so ein bisschen aus. Aber Klarheit bestimmt. Das geht immer. So, und wir könnten den Effekt mal mit der Tönung verstärken. Gucken mal. Also da werden wir wieder, ne? Da seht ihr direkt. Kriegt ein bisschen andere Farbe. Das sieht auch ganz gut aus, dieses Violett, finde ich. So, lassen wir das mal so. So, aber wir wollen auch noch andere Filter einsetzen, von rechts nach links. Was machen wir denn da? Was hatte ich denn da? Wäre dunkel nicht. Sieht nicht gut aus. Ne, lassen wir das. So, schauen wir uns das Bild mal an. Natürlich haben wir hier so ein paar Flecken, ob die auf dem Objektiv waren, wahrscheinlich. Aber auch, nicht Flecken auf dem Objektiv, sondern das waren so, ja, Holzmaserung. Und wir schauen uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich jetzt erstmal an. Vorher-Nachher. War das das Bild, wie ich es bearbeitet habe? Das ist, wartet mal Leute, das ist irgendwie eine virtuelle Kopie hier. Auf jeden Fall, wir haben es eigentlich bearbeitet gehabt. So, ne? Was ist das, das andere Bild? Sieht mal so gar nicht so aus. Ja, was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn hier? Wir haben hier von rechts nach links das Violett gefällt mir auch viel besser. Ja, super. Ja, Leute. Klappt halt nicht jedes Mal, das wieder so hinzubekommen. Ihr seht, auch die Bildbearbeitung ist eine einmalige Sache. Am nächsten Tag sieht es wieder alles ganz anders aus. Nichtsdestotrotz machen wir aus dem Bild jetzt das Beste, das wir holen können. Ich hatte zum Beispiel, was weiß ich noch mit dem Pinsel hier bei den Haaren, weil, ja, ich hatte so viel Licht da drin, das war so hell das Bild. Warum machen wir das auch nicht dann jetzt ein bisschen heller? So, ein bisschen Kontrast rausnehmen, indem wir die Tiefen erhöhen. Jetzt sind die Haare zum Beispiel ein bisschen heller. Jetzt habe ich die so ein bisschen hier so vorsichtig rumgemalt und dann die Haare halt ein bisschen einfach dunkler gemacht. Fand ich zum Beispiel besser, sah besser aus. Bestätigen wir das. So, ja, das Violett war halt schöner. Was kann man da denn machen? Wir könnten da nochmal vielleicht ein bisschen dunkler machen. Ja, ist halt ein bisschen zu dunkel dann. So, die Klarheit erhöhen. Und die Tiefen vielleicht weiter runter. So, ja, es wirkt sich halt dann doch zu sehr hier stark aus. Äh, ich lasse das jetzt erstmal so. Ähm, das Doofe ist, so, ich will jetzt mal sehen, wie es wirklich vorher aussah. Da setzen wir das Bild einfach mal zurück. So sah es vorher aus. Und so sah es jetzt nachbearbeitet aus. Ähm, ne, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, es ist echt die Teiltonung schuld, dass das Bild nicht so aussieht, wie ich es haben will. Drehen wir hier wieder ein bisschen rum. Machen wir die Tonung aus. Das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ohne Tonung, ey. Scheiß auf die Tonung. Muss ja nicht immer Tonung nehmen. Ich nehme die Tonung jetzt weg. Schnauze voll. So. Und, ähm, ja, wir gucken nochmal, was wir hier noch so machen können. Bisschen ins Violette reingehen. Ähm, so, der Farbdruck, der Farbdruck gefällt mir. Ah, die Gradationskurve. Hier können wir nochmal den Kontrast verstärken. So, jetzt ist mir alles noch ein bisschen zu viel Sättigung drin. Nehmen wir ein bisschen raus. Hier die Sättigung, Dynamik wieder reinbringen. Sieht doch schon mal besser aus, finde ich. Ein bisschen mehr ins Blaue vielleicht gehen. Ja, sieht doch auch ganz okay aus. Den Kontrast erhöhen. Nein, Kontrast haben wir genug. Und, ähm, ja, das gefällt mir jetzt schon viel besser irgendwie. Doch, muss ich sagen. Und, ähm, genau aus diesem Grund beende ich das jetzt an dieser Stelle, bevor es schlimmer wird. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt was draus gelernt, dass, ähm, ja, wenn ihr ein Bild bearbeitet, dann schaut es euch an und guckt euch das Bild am nächsten Tag einfach nochmal an. Vielleicht fallen euch Sachen auf, die euch an diesem Tag dann irgendwie gar nicht mehr gefallen. Uah, was habe ich denn da gemacht und so. Das gefällt mir so und so besser. Ist halt immer wieder Geschmackssache. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen wieder, Leute. Und, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.